Liebling, ich habe das Modular geschrumpft. Auf jeden Fall ist Platz jetzt nicht mehr das Problem. Willkommen in der Nordenklötzlenscheune. Mein Name ist Blogstar und ja Freunde, ich habe das Haus geschrumpft. Ihr kennt die vielen kleinen Mini-Häuser, die Geschäfte, die Sträßchen, die ihr nachbauen könnt von Keyplay und wie sie alle heißen und ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich dachte mir, warum so ein komischer Maßstab, warum so klein, so Nano-Micro-Style, das ist nicht meine Welt. Ich selber bin ja auch alles andere als Nano oder Micro und ich mag es schon ganz gerne, wenn diese Figuren hier locker durch die Türen kommen. Aber dann habe ich was gesehen und dachte mir so, wow, das finde ich eine smarte Idee und ihr habt es ja schon am Intro gesehen, die Firma Liar hat bekannte Modulars in klein rausgebracht und diese stelle ich euch alle vor. Ihr kennt Liar auch als Ra'el und es gibt noch so einen anderen chinesischen Namen, wenn ich nicht aussprechen kann, aber wir sprechen hier von Go-Briggs-Steinen und deswegen schauen wir uns diese kleinen Häuserchen einmal heute an. Es sind eigentlich acht, ich habe sieben Stück davon von Modbricks zur Verfügung gestellt, um sie euch heute zu zeigen. Und zwar haben wir hier einmal die Mini Street View, so heißt sie die Commercial Street und wir haben hier die 100 104, das ist wohl ein Uhrengeschäft oder ein Süßigkeitenladen, das kann ich so nicht sagen, ist auf jeden Fall pink. Dann kommen wir zum schon eben dem Intro gesehen haben, gesehen haben den Chanel Store, das ist die Nummer, ich muss sie kurz ablesen, 110 3, das ist halt dieses bekannte Gebäude, was ihr bei mir auf dem Kanal schon von Modkin gesehen habt. Dann gibt es in dieser Serie noch hier die 110 2, das ist ein, boah, ich weiß es gar nicht genau, was für ein Geschäftchen das ist, wenn ich jetzt Mandarinen könnte, würde ich es euch sagen können, aber Koblik-Steine bin ich auch sehr gespannt drauf und eigentlich fehlt hier dann noch ein Eckgitarrengeschäft, das sieht man hier hinten auf der Rückseite, das habe ich leider nicht. Möchte euch aber auch nicht die zweite Serie von den vorenthalten, die auch alles Gebäude enthält, die es schon gibt. Ihr kennt vielleicht auch von Rael dieses Bike Shop und dieses gelbe Eislädchen steht ja da hinten in der Ecke. Hier haben wir es auch, das ist die 1009 Strich 2, auch Commercial Street heißt die Serie hier, dann haben wir hier auch ein berühmtes Lego-Häuschen, möchte ich mal behaupten, die 1009 3, dann haben wir hier, ich schiebe es mal weiter raus, die 1009 4, ein Fitnessgeschäft in hellblau und dann das vielleicht berühmteste Modular so von Rael, auch bzw. Leier, nämlich hier die 1009 1, den Bike Shop. Ihr seht, es wird ziemlich voll hier auf den Bautisch, deswegen werde ich euch jetzt gleich einen Karton zeigen, dann schauen wir uns den Inhalt an, ich baue aber alle für euch im Speed-Bild, dann könnt ihr ein bisschen da zugucken. Ich kann euch sagen, das sind alles europäischartige Gebäude, das heißt auch so, European-Style, seht ihr aber gleich beim Karton anschauen und alles so um die 280 bis 300, 310 Steinchen. Also, kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch, dann schauen wir uns einen Karton an und dann später im Speed-Bild seht ihr, wie ich alles hier klemme. Ich freue mich, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, da haben wir auch gleich hier dieses Chanel-Gebäude auf dem Bautisch liegen und ich habe vorhin die Zahlen ein bisschen falsch gesehen, weil auf dem Kopf ist mal ein bisschen schwierig, es sind so um die 250 bis 300 Steinchen. Hier sehen wir es auch, 263, ab acht Jahren sind die alle und die Serie heißt Mini Street View Commercial Street. Hier das Symbol von Leia Rael und dieses besagte Gebäude. Karton Design finde ich relativ schlicht, finde ich gut, ein bisschen dieses Funkenflügchen hier und diese Bubbles und dann einfach schwarz und das Set. Schauen wir uns die Rückseite an, da sehen wir dann nämlich immer die komplette Street View, also alle Gebäude, die ich euch gezeigt habe, bis halt auf diesen Gitarrenladen. Und dann machen wir es auch schnell einmal auf. Typisch chinesisch alles zugeklebt. Ich bin wirklich gespannt auf die Go-Briggs-Steine und, aha, auch typisch chinesisch, ein Umkarton, andersrum. So, und da sehen wir es auch wieder, Freunde, eigentlich viel zu viel Platz. So, da ist die Anleitung. Gucken, ob wir aufkleber drin sind. Das passiert nämlich ab und zu, dass sie so aufkleber reingeht, aber ist nicht. Wir haben alles in dem Set. 1, 2, 3, 4 Tüten. Auch hier Nummerierung, aber die was zu bedeuten hat, sehen wir gleich, wenn wir uns die Anleitung anschauen. Und, aha, da haben wir Aufkleber und wir sehen schon hier, nein, keine Bauabschnittstüten, sondern einfach die Steine drauf los. Typisch chinesisch, welche Steine wir für den Bauschutt brauchen, ist oben. Angedeutet, Pfeile weisen uns den Weg. Was gebaut wird, ist hier so leicht die Farbe weggenommen. Also wir kennen die Farben noch, aber es ist halt, ja, verblasst. Hier ist der Aufkleber mit diesem Fake Chanel. Sagen wir mal, wie es ist. Die Anleitung ist natürlich Klammer gebunden. Wir haben hier am Ende beim Bauschritt 23 noch ein Hinweis, wo wir die Aufkleber drauf machen sollen. 18 Seiten hat die Anleitung und 23 Bauschritte. Und auf der Rückseite sehen wir auch nochmal genau das gleiche, wie auf dem Karton, nur wieder mit so einem typischen asiatischen Spruch, beziehungsweise natürlich im Englischen, aber wieder irgendein Blödsinn. Build your own European Town Simulate Real Scenes. Ja, das schauen wir uns mal an, wenn es fertig ist, ob wir hier wirklich reale Szenen nachspielen können, meine lieben Freunde. Kommt jetzt mit in den Speedbild, wenn wir alle Häuser bauen. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Und da wir hier über eine Serie sprechen, die Streetview heißt, lasst uns doch ein bisschen über Straßen sprechen. Ich habe dazu auf Statista.com einen Artikel von Martin Korz gefunden. Der ist vom 19.01.2022 relativ frisch. Schauen wir doch mal, was es für Statistiken zum Thema Straßen in Deutschland gibt. In der Rangliste der größten Straßennetze der Welt liegt Deutschland mit rund 630.000 Kilometern auf dem zwölften Rang. Die größten Straßennetze gibt es in den USA, China, Indien oder Brasilien. Auch bei der Qualität der Straßen reicht es für Deutschland nicht für einen der vorderen Plätze. Die Spitzenreiter sind Singapur, die Niederlande und die Schweiz. Bei der Größe der Straßennetze sind natürlich die größeren Länder, hier genannt. Und wenn wir über die Qualität der Straßen reden, sogar die etwas kleineren Länder. Das deutsche Autobahnnetz umfasst im Jahr 2020 etwa 13.183 Kilometer und ist damit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gewachsen. Die Bundesländer mit dem größten Anteil am Autobahnnetz sind Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Investitionen des Bundes in den Straßenverkehr trugen im Jahr 2019 rund 7,76 Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2024 soll die Höhe der Investitionen auf knapp 8,43 Milliarden Euro gesteigert werden. Fragen wir mal die neue Bundesregierung. Die Anzahl der Staumeldungen auf deutschen Fernstraßen stieg im Zeitraum der Jahre 2002 bis 2018 stetig. Wurden im Jahr 2002 noch rund 101.000 Meldungen registriert, so war es im Jahr 2018 bereits die Zahl von 745.000 Meldungen. 2019 änderte sich der Trend, die Zahl der gemeldeten Staus ging auf 708.000 zurück. Die Corona-Pandemie sorgte für einen weiteren Rückgang 2020 auf etwa 513.000 Staus. Der stauauffälligste Autobahnabschnitt in Deutschland war im Jahr 2020 der Abschnitt auf der A3 zwischen den Grenzübergang Subeln und Passau. Rund 316 Kilometer Stau pro Autobahnkilometer wurden hier gemessen. Ich habe aber neulich im Radio gehört, und das ist auch ein True Fakt, Quelle schließlich der Deutschlandfunk, dass wir, was die Staus angeht, schon wieder fast auf dem Pre-Corona-Status zurück sind. Also die Zeit vor Corona. Also nochmal kurzer Fakt. Gesamtlänge des deutschen Autobahnnetzes bis 13.183 Kilometer. Gesamtlänge der Straßen des überörtlichen Verkehrs in Deutschland 229.770 Kilometer und den höchsten Anteil am deutschen Autobahnnetz hat mit 20 Prozent Bayern. Die gesamte Staulänge der Autobahn auf Deutschland 0,68 Millionen Kilometer. Und Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit den meisten Stausstunden, nämlich 143.149. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, wie hoch ist denn die Fahrleistung auf deutschen Autobahnen? Das kann ich euch sagen, sie liegt bei 252,6 Milliarden Kilometer. So, und jetzt zum Schluss noch für die Zukunft eine wichtige Statistik. Wie viele Ladesäulen gibt es denn in Deutschland? Stand Januar 2022. Und zwar sind das 25.868 Stück. Denen gegenüber möchte ich euch aber noch erwähnen, dass wir rund 14.459 Tankstellen in Deutschland haben. Stand 2021. Und das ist erstmalig seit der Jahrtausendwende wieder ein Anstieg. Nur zum Vergleich, 1970 hatten wir um die 46.000 Tankstellen. Mitte der 80er lagen wir bei 20.000 Tankmöglichkeiten. 2020 hatten wir 14.089 Tankstellen in Deutschland und 2021 14.459, also einen Anstieg. Also wir haben mehr Ladesäulen, das ist klar. Es ist ja auch hier mal nur eine Säule gezählt, während Tankstellen bekanntermaßen über mehr Zapfsäulen verfügen. In diesem Sinne, Freunde, ein paar Fakten zum Thema Straßen. Euch jetzt viel Spaß beim Review dieser sieben schnuckligen Häuschen. Ja, Freunde, da sind Sie fertig. Unsere sieben von acht Gebäuden aus der Commercial Street Serie von Laia Rael oder diesen anderen Namen nicht aussprechen kann. Ich habe mithilfe zwei Stunden für die sieben Gebäude gebraucht. Alles tolle Gobrik-Steine. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir hatten höchstens ein, zwei Kratzer, auch ein, zwei Fehlgüsse. Da gehen wir gleich drauf ein. Es sind insgesamt um die 1900 Steine. Da finde ich zwei Stunden Bauzeit, wenn auch mithilfe ziemlich gut. Also müsst ihr euch eigentlich ja so denken, so drei, dreieinhalb, vielleicht vier Stunden, wenn ihr sie alle einzeln nacheinander baut. Ich habe euch mal hier ein kleines Auto von Lego und eine Minifigur dazu gestellt, damit ihr mal ein bisschen Größenvergleich habt, wie die Gebäude wirklich aussehen. Mir gefällt ganz gut an dieser Geschichte, dass es Gebäude sind, die relativ normal aussehen. Es gibt halt hier einen Ausreißer und meinetwegen auch die Eisdiele, die im Original ja auch sehr gelb daherkommt. Trotzdem wirkt es halt irgendwie homogen als kleine Stadt und das ist ein Vorteil für mich. Diese ganz bunten Häuschen, wie von, glaube ich, Keep Play oder von Sembo, die sind nicht so ganz mein Fall. Hier gefällt mir wirklich, dass man diese Gebäude irgendwo erkennt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es auch sehr bieder daherkommt. Und die Gebäude sind von hinten ja alle offen. Sie bieten somit auch wirklich ein bisschen Spieltiefe für Kinder, wobei ich sagen muss, das bleibt ja reden ja selbst überlassen. Ich habe kein Problem, wenn Kinder mit so einem kleinen Lego-Flitzer hier ihre eigene Straße nachbauen. Ich habe das als Kind auch gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es heute so manches Lego-Set, gerade im City-Bereich. Das soll jetzt kein Rant sein, weil ich mag City trotzdem sehr gerne, wo man auch nur so halbe Fassaden hat und der Maßstab auch immer so ein bisschen mehr als fragwürdig ist. Und ich als jemand, der Kubi baut, hat mit Maßstäben, die sich wechseln, sowieso nicht so ganz das Problem. Drehen wir es noch mal ganz kurz um. Hier den Friseursalon, hier das Chanel-Gebäude und hier diesen sehr, sehr bunten Candy-Shop. Das ist das, glaube ich. Nö, keine Ahnung. Da haben wir Innenleben. Und man kann mit Minifiguren sich da reinstellen, hier den Typen an der Kasse. Das passt. Also man kann damit schon spielen. Die Sässer sind natürlich hier viel zu klein oder auch die Stühle, die hier angehörte sind im Chanel-Haus. Da passt keine Minifigur rein. Aber wenn man ehrlich ist, ich als Kind habe sowieso immer nur mit meinem Auto durch die Straßen irgendwelche Verfolgungsjagden gespielt und das Leben war auf der Straße. Das Wheel-Leben war halt auf der Straße. Wir waren alle Straßenkinder, weil wir Straßen aus Klemmerstein gebaut haben. Wir hatten auch gar nicht so viele Steine früher. Ja, damals nach dem Kartoffelkrieg, da haben wir uns auch nur solche rudimentären Häuser gebaut. Und ich hatte mit meiner Freundin gesprochen, die hat das gleiche. Und ich glaube, viele von euch da auch, sie hatten gar nicht so viele Steine für viele Häuschen. Da hat man sich so kleine gezimmert. Und ich finde hier für 14 Euro, 95, 15 Euro, 250 Steine zu bekommen und dann so ein kleines Häuschen sich zu bauen, finde ich cool. Wenn ihr sagt, nee, für Kinder ist das blöd, sie müssen da richtig drin spielen können, sind die Häuser wahrscheinlich wirklich nichts. Aber vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, der so ein Modular hat, der Geburtstag hat und dann schenkt er ihm eines dieser kleinen Häuschen so als Gag. Finde ich richtig gut. So, den Bikeshop muss ich euch auch noch von hinten zeigen. Da haben wir nämlich hier auch so einen kleinen Tresen. Da oben ist ein Friseursalon angedeutet. Hier die Eisdiele, die von innen ja nicht ganz so aussieht wie das Original. Das kann ich euch sagen. Dann haben wir hier diese Market Street, würde ich sagen. Ich muss noch kurz mit meinem Arm hier rüber reichen. Da haben wir auch hier so Verkaufstresen und oben sogar gar nichts. Und hier das Fitnessstudio. Das gefällt mir mit am besten, weil da haben wir Fitnessgeräte. Überall haben wir unten so kleine Tresenbereiche, oben dann immer so ein bisschen. Da wird es dann klein. An dem Fitnessgerät kann man es auch nicht wirklich so Minifiguren dran packen. Aber wir haben da Hantel, die könnten in die Hand nehmen. Da kann man der Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Für Kiddies, glaube ich, ist das schon spielspielbar. Ich lege mich da mal aus dem Fenster. Aber viel wichtiger ist, die Steine Qualität. Die ist nämlich wirklich super. Schaut euch das an. Man hat hier ganz clear mäßig das, was man kennt. Das ist halt so auch bei Go Bricks. Aber sonst die Steine sehen sehr, sehr gut. Auch dieses Haus hat ein Problem, dass wir erst typisch chinesisch, chinesisch, Entschuldigung, hier oben mit Stabilität reinkriegen. Ihr seht diesen kleinen Spalt hier. Erst wenn wir hier oben die Play drauf machen, ist es dann stabil. Aber alle Häuser haben hier solche Konnektoren. Und eins hat sogar einen durchsichtigen. Zeige ich euch gleich. Also finde ich trotzdem cool. Schönes Original nachgemacht. Hier sieht man ein bisschen, ja, die Fliesen nicht mehr zerkratzt, als man es von anderen Hersteller auch kennt. Gummiksteine. Ich will sie nicht über den Klee loben, aber ich tue es doch. So, hier muss ich natürlich ein bisschen schimpfen, denn das Originalgebäude, habt ihr vielleicht am Intro gesehen, ist eigentlich orange. Aber da schaut euch die Steine an. Ich versuche extra ein bisschen so das Licht drauf fallen zu lassen. Man sieht hier wirklich kaum Kratzer. Vielleicht den ein oder anderen Fettabdruck vom Einpacken oder von mir. Aber sonst schön. Auch hier von innen. Zack. Dann das Gebäude, was mir am wenigsten gefällt, ist dieses Bunte hier. Das ist so. Das ist nicht so meins. Muss ich euch zugeben. Das ist nicht. Damit kann ich wenig anfangen. Aber auch hier seht ihr wieder Konnektoren. Und da drinnen halt hier so eine. Ich weiß nicht, was das sein soll. Da hat Scheiben. Keine Ahnung. Und hier oben hat man noch das Problem, dass man so ein bisschen die Fassade so ein bisschen locker ist, weil hier ist halt kein Loppen dran. Ich habe euch ja gesagt, eben gerade schon. Das ist typisch chinesisch. Wie gesagt, auch hier in der Reihe. Da fehlt der Gitarrenshop. Ich zeige ihn euch. Da ist er hier angedeutet. Den werde ich mir vielleicht auch noch holen. Ich mag das wirklich. Also auch als Kulisse ist das super. Wenn man jetzt Videos dreht oder so, finde ich das wirklich nice. So, packen wir es wieder an die Seite. Ich wollte euch noch hier den durchsichtigen 1x2 Technikbrick zeigen. Da, schaut mal. Kannte ich so nicht. Finde ich cool. So. Dann das L-Bike. Und da hatten wir ein Problem, dass wir den Fahrradlenker hier erst gerade biegen mussten. Der war falsch gemodelt. Der war nämlich parallel gemodelt hier zu der Stangensektion. Und ich musste erst mit viel Kraft wieder so auf diese Position biegen. Habt ihr vielleicht gesehen, im Speed-Bild. Aber auch hier die Steine über jeden Zweifel erhaben. Ein bisschen angedatscht halten. Aber ohne Witz. Selbst wenn ihr jetzt sagt, na, die Gebäude gefallen mir nicht. Ihr aber mal so ein kleines Spektrum von Kubrick-Steinen, was alle Farben angeht, haben wollt, sind die Häuserchen auch was für euch. Also meine Meinung. So. Das Auto geht zur Seite. Dann hier eigentlich das Highlight mit, weil ich finde, es ist am besten getroffen. Gut, die Sticker hätten jetzt nicht sein müssen. Die sind beim Original auch nicht dabei. Aber meine Eisziele findet ihr oben auf dem i richtig gut geworden. Und hier habe ich nicht richtig festgedrückt. So. Und auch da von innen wieder ein bisschen bespielbar. Auch wenn nur mit viel Fantasie. Dann hier dieses Market Street mäßige, würde ich sagen. Schöne Blautöne. Hier das eine Teil ein bisschen Kratzer. Aber schöne Bautechniken. Und von innen dann wieder so ein bisschen, ja, Döschen und so weiter. Halt, ne? Ein Markt. Und dann das, womit ich am wenigsten anfangen kann, weil ich schon lange nicht mehr von innen gesehen habe, ein Fitnessstudio. Das, was hier so nach Print aussieht, sind natürlich alles Aufkleberchen. Aber schön auch hier dieses Cent Blue, oder wie das heißt. Ich glaube, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade die Farblehre nicht so im Kopf. Ja, Freunde. Alle Häuschen so um die 15 Euro. Wir haben dann insgesamt hier so ein kleines Typchen voll mit Stickerresten. Und nein, nein, viel wichtiger ist ja. Steinchen. Da. Also nicht vieles bleiben. Frohe Gebäude vielleicht. Ein, zwei Steine über. Bleibt sogar hier einmal ein Sticker über. Ich weiß gar nicht, wo genau der übergeblieben ist. Habe ich auch eine Anleitung nicht gefunden. Die Anleitungen sind klar. Habe ich euch ja gezeigt. Da kann man wirklich nicht meckern. Ein Stein war noch falsch gemoldet. Ich glaube, es war hier. Genau da ist die Stange. Auch hier so ein bisschen. Ja, Kamera. Da seht ihr, hat man auch ein Gussfehler. Aber das würde ich dann einfach beim Kauf reklamieren. Dann kriegt er bestimmt eine neue. Ja, Freunde. Also für mich als Modular Fan, ich meine, das seht ihr am Content von meinem Kanal, sind diese Häuser wirklich ein Gag. Und ich habe viele Freunde von euch da draußen, die auch Modulus bauen und sammeln und oft auch Modulus umbauen. Und da kann man denen gut zum Geburtstag mal oder zum Kanal Abo oder Jubiläum oder wie auch immer, kann man denen so ein Häuschen schicken, schenken. Ich finde es niedlich. 15 Euro für 250 bis 300 Steinchen. Das macht Spaß. Vor allen Dingen, wie gesagt, ist es nicht zu bunt. Das lassen wir mal außen vor. Du gehst, du wirst ausgewechselt. Aber sonst hat es was. Und wie gesagt, ich habe dann auch kein Problem, wenn Kinder damit spielen, wenn sie hier noch die Lego Straßenplatten hinpacken oder andere. Ich habe es als Kind auch so gemacht. Aber natürlich kann ich mich da täuschen. Das ist leider schon etwas her. Trotzdem meinem Inhalt des Kanals und trotzdem, wie ich mich gebe, dass ich Kind war. Aber Freunde, jetzt freue ich mich, euch ganz kindisch mit einem schönen Lächeln in die Augen zu schauen. Ja, Freunde, während ihr hier noch mal ein paar Detailfotos der kleinen Häuschen seht, ist mir noch mal ganz wichtig zu sagen, dass ihr die Statistikquelle zu den Fakten eben gerade unten in der Videobeschreibung findet. Genau wie die Bezugsquelle von Modbricks, wo ich dieses Gesetz gestellt bekommen habe. Mich würde wirklich mal interessieren, wie ihr diese Häuser findet. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Gleich hört ihr ja im Fazit nochmal meine Meinung. Wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung. Das soll nicht eure sein. Das muss nicht eure sein. Ich bin ja echt gespannt, wie bei euch diese Häuschen ankommen. Wir sind ja alle anders und das muss auch so sein. Das freut mich, Freunde. Viel Spaß beim Fazit. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende. Aber ich habe euch zum Abschluss nochmal hier die beiden gängigsten Straßensysteme hier auf dem Tisch vorbereitet, nämlich einmal die ganz normale Straßenplatte und dieses neue System von Lego, damit ihr mal einen Eindruck bekommen könnt, wie denn so eine Spielwelt für Kinder aussehen könnte. Und ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man hier so ein kleines Schnubbelauto hat, was man aus dem Polyback bekommt oder hier von Lego City aktuell so einen kleinen Skateboard-Jungen und seine Schwester. Also so könnte eine kleine Mini-Stadt für Kinder aussehen. Finde ich gut. Habe ich ja schon mal gesagt, das ein oder andere Set von anderen Hersteller ist jetzt auch nicht gerade das Größte. Und setzt ihr eure Kinder an eure Modulus? Dürfen sie mit Modulus spielen? Weiß nicht. So ist es auch schnell wegzuräumen. So könnte ich mir vorstellen, könnte auch die Spiellandschaft für meine Kinder aussehen. Wie gesagt, ich gehe da von meiner Erfahrung aus, weil ich es als Kind auch so gemacht habe. Ich kann euch sogar ein Geheimnis verraten. Ich habe sogar noch primitiver gemacht. Ich habe nämlich einfach immer Platten genommen, die mit verbotener Bautechnik in die Noppen gesteckt und dann die Fensterrahmen auch einfach nur draufgeklemmt. So hatte ich immer Hochhäuser. Es waren eigentlich nichts anderes als so Fassaden wie in so einem Hollywood-Film. So einfach nur hier die Platte, Fenster drauf gebaut, vielleicht noch eine Tür und das war's. So habe ich in meiner kleinen Lego-Welt damals, denn wir hatten ja nicht so viele Steine, eine kleine Stadt gebaut. Und so habt ihr auch die Möglichkeit für eure Kinder so ein bisschen das zu ermöglichen. Wie gesagt, gibt er ja auch noch Systeme von anderen Herstellern, die mir persönlich jetzt zu bunt sind, aber für Kinder wahrscheinlich auch genau richtig. In diesem Sinne, Freunde, macht's wie die Kinder. Habt Spaß. Egal in welchem Maßstab, egal welche Serie. Ich habe auch meine M-Trons mit meinen Rittern gemixt. Das war mir völlig egal. Hauptsache, ich hatte Spaß. Also lasst die Fantasie der Kinder sprudeln. In diesem Sinne, bleibt gesund. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020